So ihr Lieben, nächstes Projekt und hier haben wir gerade so ein super Special und zwar ein besonders langer Zahlungsplan, allerdings nur für die Pentheuser. Warum nur die Pentheuser, weiß ich nicht, aber das Objekt ist Habitat, das habt ihr eben schon mal gesehen, da habe ich das schon im Überblick gezeigt. Hier ist es jetzt nochmal, da ist es schon 3D-mäßig reingezaubert und das ist wirklich big, also nochmal größer als Pocket. Das ist wirklich eine Stadt, die da entsteht, inklusive Shopping-Miles und so weiter. Infrastrukturell, wie gesagt, für die ganze Gegend eine Riesenaufwertung, was hier alles kommen wird. Ihr habt hier vorne diese Shops und da kann man sich sogar einkaufen. Also wenn du jetzt jemand bist, der auswandert und sagst, Mensch, ich würde gern, was auch immer, meine Massage-Tätigkeit oder meine Design-Tätigkeit oder was auch immer, möchte ich gerne auf Nordzypern anbieten. Hier kannst du dir einen Shop kaufen oder auch mieten und kannst eben deine Tätigkeit auch hier anbieten. Was auch immer du hier machst, finde ich eine super Idee. Es wird natürlich auch Restaurants vorne geben, Autovermietung, Friseur und so weiter und so fort. Also das ist natürlich wirklich ein City-Charakter und zwar auf 267.600 Quadratmetern. 267.000, ihr Lieben, ja, das ist riesig. Also manche finden es ganz furchtbar, denen ist das zu groß. Manche finden es ganz toll, weil sie sagen, da habe ich eine Riesen-Community, da habe ich alles vor Ort, da muss ich dieses City gar nicht verlassen und es wird ja eine schöne City. Das ist Geschmackssache, will ich euch auch gar nicht einreinreden. Ich bin ja eher so der Boutique-Style-Typ, aber die Facilities sind natürlich schon sehr verlockend. Also Riesengrundstück, jetzt kommt die gute Nachricht. Von den 267.600 Quadratmetern sind 200.000 Quadratmeter Grünfläche, auch drumherum. Also es wird schon auch eine sehr grüne Oase. Wir haben 1.407 Einheiten. Bei Puket, lass mich mal überlegen, waren es bei Puket zwei am Berg, das ist ja das Große, sind es knapp 700, ne 660 und die vorderen sind ja recht klein, die Boutique-Dinger. Also sagen wir mal 700 bei Puket ungefähr, roundabout. Also hier sind wir nochmal doppelt so groß, 1.400 Einheiten und sehr, sehr, sehr viel Platz. Wir haben hier einen guten Anstieg, also hier vorne sind wir bei 38 Meter über Null, also über Meeresspiegel. Und hier hinten, hier sind übrigens die meisten Facilities, da sind wir bei 90 Meter. Das ist natürlich super, dass das Gelände so ansteigt. Bei Puket übrigens noch ein bisschen mehr, Puket geht hier noch ein Stückchen weiter den Berg rauf. Und das ist natürlich für beide Objekte super, weil du hast halt auch in den oberen Reihen, vor allem von den Penthäusern und von den Dachterrassen sowieso, einen super Ausblick über alles andere drüber. Das ist das, was ich an der Golden Mile hier so toll finde, dass das Gelände halt so recht steil ist und du von hier oben auch den Blick hier unten aufs Meer hast. Das bietet sich natürlich dann auch an, weiter nach oben zu gehen. Vor allem, wenn du weg möchtest von der Straße, wäre mir zum Beispiel immer wichtig. Dann haben wir, hast du gesehen, ganz viele Pool-Landschaften, auch mit Wasserparks. Also auch für die Kids, da gibt es eben Pool-Landschaften, da ist es vielleicht ein bisschen lauter, weil da so ein kleiner Wasserpark ist und dann gibt es wieder Pool-Landschaften, die sind mehr in so eine grüne Oase eingebettet. Da ist es dann ruhiger. Also auch hier ist mit Sicherheit für jeden irgendwas dabei. Ich lasse euch einfach so ein bisschen an den Impressionen hier teilhaben. Hier links seht ihr nochmal diese Menge an Pools. Hier zum Beispiel ist eine riesen Grünfläche. Das wird dann eine ruhigere Area sein. Also wie gesagt, es gibt auch hier für jeden was. Die haben überall so Sitzflächen mit eingeplant, sodass ihr es euch da auch wirklich schön machen könnt. Natürlich gibt es auch immer im Pool-Bereich Sitzmöglichkeiten. Hier nochmal die Lage. Also es fängt schon vorne an der Hauptstraße an. Da kommen aber erstmal die ganzen Shops hin. Von daher sind die Wohnobjekte auch durch die Shops vom Lärm erstmal so ein bisschen abgeriegelt. Und wir sind, wie gesagt, mitten in der Golden Mile. In Kükük-Erendscheu gehört zu Tadli zu. Ist so eine gute halbe Stunde von Carinja entfernt. Carinja ist ja die große Stadt, ein Stückchen weiter westlich. Famagusta ähnlicher Entfernung. Iskele auch ähnlich Entfernung. Das sind so die großen drei Städte, die du alle in 30, 40 Minuten erreichen kannst. Zum Meer 250 Meter. Wir haben hier vorne diverse Strände. Hier kommt ja der Strand von Puketin. Hier drüben ist zusätzlich noch ein riesenschöner Sandstrand. Hier gibt es eine kleine Bucht, auch mit Sandstrand. Hier ebenfalls. Also ihr habt überall Möglichkeiten, ans Wasser zu gehen. Und auch hier wird es natürlich ein Shuttle geben. Nicht nur zu den Stränden, sondern auch zu den anderen Wohnanlagen von diesem Bauträger. Das ist ein anderer Bauträger als vorhin. Die Flughäfen sind auch nicht allzu weit entfernt. Nach Erdscharn 42 Minuten. Nach Lanarkar eine gute Stunde. Parphos ist immer ein bisschen weiter. Das empfehle ich in der Regel nicht. Parphos ist quasi links unten im Süden. Also im Südwesten der Insel gibt es den Flughafen Parphos, der im Grunde zu weit weg ist. Also vergesst den gleich wieder. Nochmal im Überblick hier. Was wird es alles geben? Es wird vor allem diese Commercial Zone geben. Das sind 5000 Quadratmeter. Also auch eine ganze, ganze Menge. Es ist eine Gated Community. Also alles überwacht und alles auch mit einer Mauer sozusagen eingeschlossen. Ihr habt in der Mitte diesen Boulevard, 1,2 Kilometer und da wird es getrennte Wege geben für die Autos, für die Fahrradfahrer, für die Jogger und alles ist schön mit einer Baumallee abgetrennt. Also es wird sehr, sehr darauf geachtet, dass das jetzt nicht alles durcheinander geht, sondern dass die Jogger ihre Strecke haben und die Fahrradfahrer und so weiter. Hier jetzt nochmal die Facilities im Einzelnen. Also es gibt natürlich diverse Möglichkeiten, sich aufzuhalten, ob das die Restaurants sind oder die ganzen grünen Bereiche. Für die Kids gibt es Areas. Es gibt Gartenlandschaften. Es gibt Yoga- und Meditationsbereiche. Es gibt Lounges für Tai Chi. Es gibt Lounges, die du dir buchen kannst für Feiern, für Seminare, für Meetings. Es gibt einen Sengarten, einen Sportclub, Joggingstrecken. Es gibt einen Aquapark und natürlich auch Indoor wird es viele Facilities geben. Ein Indoor-Beheizten-Pool, ein Wellness-Center mit Sauna, Hammam und vielen anderen Dingen, Massageräume, ein Gym natürlich, ein großes Fitnessstudio, Restaurant, Barbecue-Areas, diese Shoppingmeile vorne am Eingang, Fahrradstation, Supermarkt, natürlich ein Vermietungsservice vor Ort und generell ein Service vor Ort, wenn du da irgendwas brauchst. Tag und Nacht ist da jemand, der dir weiterhilft. Jetzt kommt gerade unser Hund, Maxi, der möchte mir auch weiterhelfen. Seht ihr sie? Da ist sie schon wieder weg. Dann gibt es natürlich Shuttle-Service, habe ich schon erwähnt. Und nicht nur Shuttle-Service zwischen den Wohnobjekten von diesem Mauträger, sondern auch zum Strand, zu anderen Supermärkten, zu Restaurants. Der fährt dann immer so auf der Insel quasi rum. Und deshalb habt ihr halt so eine Member-Card, die ihr für alles nutzen könnt. Ja, hier nochmal visuell dargestellt. Keine Sorge, ich zähle nicht nochmal alles auf. Schaut einfach kurz drauf. Bäckerei hatte ich noch nicht erwähnt. Car-Rental wird es geben, also Autovermietungen. Was hatte ich noch nicht erwähnt? Concierge-Service, wer es mag und braucht. ATM-Wäscherei. Also hunderttausend Sachen. Da gibt es echt kein Ende, was hier alles geplant ist. Das ist das Objekt mit den meisten Facilities. Und wie gesagt, vieles davon könnt ihr sogar nutzen oder zumindest auch bezahlen und dann nutzen, wenn ihr ganz woanders wohnt. Also es ist für die ganze Gegend und für alle Menschen, die hier leben oder auch Urlaub machen, eine große Aufwertung. Nochmal kurz zu diesen Meeting-Räumen, die es gibt, also die ihr euch mieten könnt. Das ist natürlich auch cool. Wir haben ja immer mehr Remote-Arbeitende hier auf der Insel. Und du kannst hier Seminare und Workshops abhalten, kannst dir dann große oder kleine Räume hier buchen. Das ist natürlich auch super, super spannend. High-Speed-Internet werden die haben, das hatte ich noch nicht erwähnt. Auch sehr wichtig. Hier nochmal farblich markiert. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, aber hier vorne ist die Straße auf der linken Seite in dem Fall. Also das ist Norden, noch ein Stückchen weiter links, also nördlich ist das Meer. Das, was hier pink ist, hier vorne ist diese Shoppingstraße. Das Grüne sind die Bungalows. Alles hier in der Mitte sind Wohneinheiten, da gehe ich jetzt nicht einzeln drauf ein. Es gibt One-Plus-One, Two-Plus-One und Three-Plus-One, also mit ein, zwei oder drei Schlafzimmern. Entweder Gartenapartments oder Penthäuser, also unten oder oben. Und hier oben, ganz oben am Berg sozusagen, am südlichsten Zipfel, da sind die meisten Facilities. Hier nochmal anders dargestellt. Hier könnt ihr rechts unten auch nochmal die Abreise anschauen. Ihr seht schon hier, es ist wesentlich günstiger als bei Puket, weil es halt auch eine größere Anlage ist. Wenn eine Anlage größer wird, wird es immer weniger exklusiv und dann verteilen sich die Kosten auch anders. Das macht natürlich auch einen Punkt beim Einkauf. Also hier habt ihr noch super, super günstige Startpreise. Auch hier sind wir noch komplett off-plan. Also hier habt ihr noch super, super günstige Startpreise. Die ersten Startpreise, ein bisschen ist es schon angestiegen, aber noch relativ wenig. Von daher, wer hier jetzt einsteigt, kann halt echt noch super Preise mitnehmen. Also ihr seht, die günstigsten Einheiten starten bei knapp 110.000. Das sind die Studio Garten Apartments. Dann haben wir dazwischen alles Mögliche. Und die teuersten, das sind die Bungalows in der ersten Reihe hinter der Shopping Mall, die starten bei knapp 516.000. Gut, schauen wir weiter. Hier haben wir nochmal die einzelnen Preise. Ich lese sie jetzt nicht alle vor, ihr Lieben. Ihr könnt ja alle lesen, während ich hier einfach langsam durchblättere. Da seht ihr auch die Größen von den einzelnen Units. Wie gesagt, das mag ich ganz gerne bei dem Objekt. Es gibt halt hier alles, vom Studio Apartment bis zu One Plus One. Jetzt sind wir hier bei den Two Plus One und Three Plus One. Sowohl als Penthouse als auch als Garten Apartment. Dann haben wir noch die Bungalow. Wir haben hier noch die Duplex Einheiten über zwei Ebenen, die bald nicht mehr erlaubt sind hier in dieser Gegend. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr vielfältig. Also, wenn ihr es gerne bunt habt, wenn ihr gerne viele Nachbarn habt, wenn ihr gerne alles vor Ort habt an Facilities, was man sich vorstellen kann, dann ist dieses Objekt interessant für euch. Und jetzt kommt was, was gerade frisch zu den Agenten sozusagen durchgedrungen ist. Wir haben jetzt ganz neu eine Special Campaign mit einem 67 Monate zinsfreien Zahlungsplan für die Penthouse Einheiten, nur für die Penthäuser. Also, 67 Monate, das sind, ich glaube, so fünfeinhalb Jahre oder sowas. Fünfeinhalb, ja, kommt ungefähr hin, ne? Ich zeige es euch gleich nochmal, wie es jetzt gedacht ist. Also, nur bei den Penthäusern. Bei allen anderen gilt dieser Zahlungsplan. Reservierung 2000 für zwei Wochen. Dann zahlt ihr 35 Prozent Downpayment. Das ist die erste größere Zahlung. 10 Prozent zahlbar im März, 5 Prozent zahlbar im September und dann 50 Prozent über drei Jahre ab Oktober 2024 zinsfrei. Das ist der normale Zahlungsplan. Und jetzt kommt es eben für die Penthäuser. Da zahlt ihr 40 Prozent Down, seht ihr hier, 40 Prozent Downtayment. Dann habt ihr drei Monate Pause und dann zahlt ihr 40 Prozent über die Bauzeit. Und die restlichen 20, da bekommt ihr, und das ist jetzt diese Aktion, nochmal zwei Jahre. Also habt ihr insgesamt fünfeinhalb Jahre, um das Ding abzubezahlen. Das ist natürlich super, ne? Wenn ihr überlegt, dass ihr in der Zeit schon Geld verdient durch die Wertsteigerung. Ihr könnt dann eben nach der Bauzeit schon in die Vermietung gehen und habt dann noch die restlichen 20 Prozent. Könnt euch die durch die Vermietung schon wieder reinholen. Das ist ein gutes Angebot und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Projekt. Vielen Dank für euer Interesse und seid doch nächste Woche gerne mal live dabei. Anmelden könnt ihr euch auf meiner Webseite unter Livestreams. Wenn ihr Interesse habt an dem Objekt oder auch an ganz anderen Immobilien auf Nordzypern, dann geht mal einmal kurz auf meine Webseite, füllt da das Formular aus, dann melden wir uns für euch mit einem Dossier, mit weiteren Infos und machen natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch mit euch. Wir freuen uns, dass man euch dass. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bardzo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. フ�apcitratrix.acje die Т frustratzi買ar. And ifezce zu verbraTwitch ... Bis zum nächsten Mal.